Moin, ihr Gamer und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ich bin Oli von den Durchschnittsgamern und das hier ist eine neue furchteinflößende Mission bei einem riesen, riesen Oschi. So ein richtiger Mordsknochen hier. Einer davon haben wir schon leergeräumt, aber jetzt, wir haben vorher ja schon mal gesehen, was da alles drin rumfleucht. Und das ist so einiges. Mit anderen Worten, da geht so einiges. Also, was ist das für uns? Schön positionieren. Ja. So, ich hab immer noch mein Auge. Das vom Wochenende. Heute ist mittlerweile Mittwoch. Meine erste Ärztin, die mir ein Nasenspray gegeben hat, hatte mir versichert, dass das spätestens heute alles wieder im Lot ist. Moment, hatten wir nicht einen... Ach ja, wir haben gekannt, es hat einen Sniper dabei, ne? Na gut. Äh, war es aber nicht. Das Nasenspray hat komischerweise gar nicht so richtig geholfen. Und so hänge ich jetzt immer noch mit diesem Auge rum. Getrief- und Matschauge. Boah, so kann's gehen, ne? So hat jeder sein Päckchen. Da, weil die Schmerzen gestern dann so schlimm wurden, war ich noch bei einer anderen Ärztin, nach meiner Aufnahme. Und die ist dann gleich etwas aggressiver angegangen, mit Antibiotika und, äh, ähm, einem anderen Nasenspray mit, äh, Zeug drin. Hier, wie heißt das nochmal? Komm ich gar nicht drauf. Ähm. Und er hat mich dann zum Augenarzt überwiesen, da war ich heute. Die hat mir nochmal etwas Neues gegeben, nämlich noch zusätzliche Antibiotika, antibiotische Augentropfen. Also ist schon... Hab ich schon länger was von. Aber das Schöne war eigentlich der Besuch beim Arzt gestern. Am Ende dessen hab ich nämlich mit meinem Wagen schön einen anderen angefahren, hab mir meine linke Hintertür zertellt und, äh, darf meinen ersten Versicherungsfall melden. Yeeeey. Krass, guck mal an. Da kommen sie gelaufen. Die kleinen... Die kleinen Schmupsis. Boah. Wenn ich schieße erstmal in die falsche Richtung. Das war schon mal nicht schlecht, ne? Ich bin K-Haut mal wieder voll daneben. Ah, dammit. Achso, und ihr seht mal wieder nichts von dem, was passiert. Auch nicht schlecht. Also ist das hier ein... Ist das ein normaler oder ist das ein... Ist das ein Berserker? Gut, erstmal machen wir wieder den... Kollegen hier platt. Den, der vielleicht wieder eine Granate schmeißen könnte. Gut, das war kein... Ah. Du kannst sogar ihn sehen. Das war schön. Wir wollen mal runter. Nö, machst du nicht. Okay. Gut. Muss auch so gehen. Pretty Kay sieht... Niemanden. Wir müssen jetzt kurz zum Nacharbeit leisten hier. 55. Boah, ey. Ihr habt... Ihr bringt wieder Leistungen. Echt wie aus dem Horrorkabinett. Das ist wieder alles völlig unmöglich, was ich für euch verlange, ne? Das geht wieder gar nicht. Ähm. Sollten wir... Ne, das sollte ich vielleicht nicht machen. Das Risiko sollte ich vielleicht nicht eingehen, weil diese Berserker sind echt schwer zu übernehmen. So, jetzt aber... Aha. Und zack, passiert hier auch noch ein bisschen Schaden. Na. Unser Blaubärtchen haut natürlich vorbei. Tja, jetzt stehst du wieder zu nah dran und kannst nicht schießen. Sowas ärgerlich ist. Das ist immer so ärgerlich, wenn man zweimal laufen muss, ne? Ja, Granate. Auch doch nicht. So, wer von euch genossen muss denn noch... Na, natürlich nicht. Gut, Carlos könnte eine kleine Beförderung vertragen. 83, das steht genau vor dir, Kollege. Genau vor dir. Okay. Ja. 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 Gut. Dann komm mal. Ach, du kannst wieder gar nichts sehen. Oh Mann, das ist aber wirklich frustrierend hier. Äh, ne. Mein Control will ich ehrlich gesagt nicht. Das machen wir so. Das machen wir so. Machen wir kurz den Prozess. So, Mops. Wie sieht's aus bei dir? Kannst du... Ja, sauber. Sauber. So, kommen wir da irgendwie hoch eigentlich? Nee. Das ist natürlich wieder zu viel verlangt. Tjo. Dann, äh... Stell ich dich mal hier hin. Und dann stören wir mal das Ufo. Ja, wir sind ja mittlerweile, beziehungsweise schon seit letzter Woche sind wir. Ich hab ja noch nie was dazu gesagt. Sind wir bei über 100 Abonnenten angekommen. Also, unser Channel. Wofür ich natürlich auch, äh... Mich nochmal herzlich bedanken möchte bei Gelegenheit. Da ist uns noch, äh... Nicht die zündende Idee gekommen, was wir denn als Abonnement-Special machen können. Gerade weil jetzt ja auch erstmal so viele Spiel-Releases sind. Es kommen ja einige... Einige neue Sachen in letzter Zeit. Aber wir müssen sowieso... Wir haben... Noch ein paar Ideen. Was wir mit diesem... Also, was wir mit diesem Channel in Zukunft so alles Tolles machen können. Dann müssen wir jetzt natürlich eigentlich demnächst mal anfangen. Mit so ein paar... Speziellen Sachen. Und uns auch mal so ein bisschen abheben. Von der Masse. Aber... Naja, bis jetzt... Läuft das ja noch echt zu... Äh, vielversprechend. Morgen kommt Let's Place 3 raus. Also, wisst ihr, wenn ihr das seht. Egal wann ihr es guckt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 6. Februar 2013. Und... Schon wieder wahnsinnig viele Let's Plays sind schon wieder online. Von Leuten, die... Die vor Release das Ganze starten können. Ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich... Eigentlich finde ich es okay. Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen neidisch drauf. Dass es so viele Leute gibt, die... So im Kontakt mit dem Publisher stehen, dass sie das 3 schon vor Release anfangen können zu spielen. Das... Ja, würde ich auch gerne machen. Aber... Das ganze Gejammer von wegen... Äh, das nimmt den Kleinen die Chance, überhaupt irgendwie mal... Was zu reißen. Finde ich auch schwachsinnig. Ich meine... Wieso sollte das so sein? Eigentlich ist doch... Ich meine, auch wenn sie gleichzeitig anfangen... Ist es doch eigentlich trotzdem so... Dass sie, äh... Erstmal nur die Klicks kriegen, die ihre Abonnenten verursachen. Und dann... Versinken sie trotzdem noch unter den ganzen Tests und Reviews und sonst irgendwas, die schon seit einem halben Jahr draußen sind. Aber man stellt sich eben ganz gerne an. So ist es... Das ist die, äh... Die Let's Play Szene. Die eine Hälfte fängt früh mit Spielen an. Und die andere Hälfte regt sich drauf. Mehr haben sie nicht zu tun. Keiner konzentriert sich auf seine Videos oder darauf... Keine Ahnung, sich zu verbessern oder so. Nee, nee. Eigentlich geht es hauptsächlich ums Meckern bei den meisten. Hauptsache, es gibt was, worüber sie sich beschweren können. Sonst ist man ja nicht glücklich. Das muss man schon verstehen. Oh, ich bin echt noch überhaupt nicht so richtig auf Deck. Mit dieser ganzen Entzündungsgeschichte, das nervt noch so richtig ab. Richtig konzentriert bin ich auch noch nicht, aber gut. Das wird sich hoffentlich... ... in den nächsten Tagen auch mal wieder ergeben. Ja. Nee, aber ich bin jetzt wirklich mal ganz gespannt, was da auf uns wartet. Ah, natürlich. Gleich. Gleich auf die Fresse, ja. Gut, dann eben gleich auf die Fresse. Was können wir denn mit dem hier mal machen? 10% Mind Control. Alter Schwede, das reicht ja vorne und hinten nicht. Wie viel hat der? Nicht so viel, ne? Freddy K. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht, irgendwie. Oh, Nizio kann was sehen. Oh, nice. Nizio sieht den. 84 Mind Control. Das probieren wir doch mal. Ach, nice. Können sich die Brutalität des einen, äh, ja schon mal... So, den nehmen wir, den holen wir dann wahrscheinlich mal weg, nehme ich an. Also mal kurz, erstmal können wir versuchen, den hier abzuknallen, den hier vorne. Dann kommt er näher ran. Und dann können wir ihn noch ein, zweimal... Woll. 10 Schaden, ordentlich. Dann können wir vielleicht... Ja, jetzt ist doch schon wieder eine andere Sache. Jetzt ziehen wir noch einmal mit Freddy drauf. Immerhin 82%. Ja, das hat nur 8 Schaden gemacht, witzigerweise. Ja, damit könnten wir gleich versuchen, den letzten zu nehmen. Wisst du was, den stellen wir jetzt direkt davor. Und dann machen wir... Kaputt! So. Das war's mit dir. Und jetzt gucken wir, ob wir dich auch noch wegkriegen. Ne, kriegen wir nicht. Ähm, gut. Vorgehen. Ähm, bleiben wir einfach draußen. Komm, greifst du den hier vorne an? Ach, so ne Scheiße. Was, wie viel Schaden hat... Äh... Wie viel Schaden hat Blaubart jetzt bekommen? 10? Wie krass ist das denn? Ey, Tasche, ey. Also, den flankieren wir jetzt erstmal. So, 88%. So, er hat hier Schaden bekommen. Alter Schwede. 10 Schaden? Mit welchem Recht denn bitte? Mit welchem Recht? Das möchte ich echt mal wissen. So, Gobo. Gobo kann sich gleich zum Heilen bereit machen. Gut, ich habe meine Augen, hm? So, jetzt ist unsere Healing Power für diese Runde quasi aufgebraucht. Aber Freddy K. Wird erstmal nicht geheilt. Der kann nämlich einiges ab. La Familia spielt... Äh, Quatsch. La Familia spielt. Ähm. Doch, klar. Natürlich, ich glaube, bei mir er spielt. Bei der Familie er spielt. Auch Blaubart genannt. Ich glaube, der... Ach, da weiß ich es noch nicht genau. Warte. Da warte ich einfach noch ein bisschen, glaube ich. Da wortet er noch ein bisschen. So, jetzt zieh mal rein. Das ist affirmativ. So, und Benni, wo sie... So, und ziehen wir eigentlich auch... Warum nicht gleich in die Nähe? Dass er nicht diesen Typen angreift, sondern wieder eine Granate wirft, das ärgert mich so. Und derbe viel Schaden. So, jetzt gucken wir aber erstmal... Was hier draußen so los ist. Bam. Die nächste interessante Frage ist... Was passiert... Okay. 39. Was passiert, wenn... Okay, der sieht auch welche. Tio. Was machen wir mit dir, Nietzio? Ja, ein bisschen was müssen wir uns schon aufrechterhalten hier. So, Benni, Jussi, wo kannst du hin? Halt, ich kann mal hier entstellen. 10-4. Und, Gobbo, du musst heilen. Das war erst doch... Das machen wir... Erstmal, der Familie spielt und dann auch Benni, Jussi. Aber erstmal... Genau. So, du kannst mal... Hier schön hin. Lecker, fein. Das ist echt die Frage, ne? Wagen was? 35%? Was ist, wenn wir hier... Wenn wir... Wenn wir... ...der Familie spielt, die... ...Deckung wegballern? Wir lassen das lieber, glaube ich. Oh, das war's schon mit dir. Ging er fix. Ja, schön. Alles. Oke then... Alle mein Haus.